Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Borderlands mit der Lizzie. Hi. Die wieder wegkriegt und jetzt einen Knopf drückt. Ja. Darf ich. Ich darf endlich. Sledge zum Safehouse. Level ab. Hey. Sledge getötet, eridianisches Artefakt. Und jetzt Schlacht um die Badlands. Okay. Okay, warte. Ich muss jetzt erstmal mein Level abnehmen. Erledige Sledge und sichere das eridianische Artefakt. Sledge getötet, Artefakt getötet. Dringe in die Headstone-Mine ein und töte Sledge. Okay, dann ist es nochmal eine Reise und ich hoffe, ich werde nicht abstürzen. Ja, ich mach. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, dann mach ich. Daumen drücken. Ja, ich drück ganz doll. Sieht gut aus, sieht gut aus. Jetzt hab ich ein Standbild. Du hast ein Standbild? Ich hab ein Standbild. Nein! Warum stürzt es immer bei einem von uns beiden immer, der die Reise initiiert, bei dem stürzt es ab? Nein! Scheiße! Tja. Standbild. Ja. Okay, ich beende mal. Ja, mach mal. Okay. So, da sind wir wieder. Ist das schön. Stürzt immer ab. So, und jetzt wollen wir Sledge töten, ne? Ja. Oh, das sind aber... Huiuiui. Killer-Banditen. Okay, Arbeiter-Banditen. Okay, mit welcher fange ich denn mal an? Mit der hier? Okay. Okay, einer ist weg. Jetzt geht da hinten das Tor auf. Oh, oh. Okay. Ah, hier können wir noch kaufen, vermutlich. Mhm. Ja, stellt euch hintereinander, das ist eine gute Idee. So, grad den Schild aufladen. Ah, ertragen schon einiges jetzt. Ja. Da ist noch einer. Na, komm schon. Ich stelle mal meinen Sport zu. Ja, du schießt aber trotzdem voll im Feuer. Wahrscheinlich. Kann das nicht? Hm? Okay. Hier ist noch Müll drin. Wow. Ganz schön. Hockt er sich da hin? Ja, echt, ja. Muss kacken. Ja. Komm, wir stören ihn dabei. So, dass wir keine von hinten kommen. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, da kannst du stehen bleiben. Blut, du machst das schon. Hm, ich mach das schon, ja, genau. Ich schaffe mal gerade das Schild von dem runter zu kriegen. So, das sieht doch schon mal besser aus. Da oben, ne? Schild ist unten. Wow. Okay, ich glaube, ich muss mal eben ein Medikit nehmen. Gibt's dafür eigentlich eine Schnelltaste? Das würde ich auch gerne. Das gibt's bestimmt. HW Healing oder sowas? Weil das ist, äh, echt nervig, dass man dafür ins Inventar muss. Ja, mega unständlich. Momentan gucken das bei mir noch nicht so viele. Ich könnte ja sagen, schreibt's doch in die Kommentare. So. Jawoll, sehr schön. Tschüss. Ist jetzt mal ruhig, oder wat? Also, wirklich. Was ist das? Äh, Sniper? Und? Was ist das andere? Das ist ein Shotgun, oder was? Äh, Scattergun. Scattergun. Achso, warte, wir haben doch vorhin... Ich nehm mal die Sniper. Ich dachte, wir hätten eine blaue Sniper. Doch, da haben wir doch bekommen. Die hat 21 mal 11, also so sch***. Nicht mal. Hm. Aber ich weiß sie auch nicht. Mitnehmen und verkaufen? Ja. Wenn du Platz hast. Ähm. So, ich leg mir auch mal einen Sniper an. Du hast eine Explosierwaffe gefunden. Poliziere, die aus reichen Waffen abgefeuert werden, können beim Aufwand explodieren und massiven Schadz anrichten. Oh. Können? Ich hab... Also eine Chance, oder was? Weiß ich nicht. Es können, ja, toll. Wenn du Glück hast. Ja, super. Aber wenn du Pech hast, dann... Dann nicht. Dann nicht. So, welche lasse ich mal eben beiseite. Die wird mal gut mit Munition eingedeckt. Ich glaub, die hier. Und dann nehm ich mal eben die Sniper. Okay. Also wenn du Munition brauchst, hier liegt unglaublich viel. Ja, ich denk mal, das werden wir auch dann brauchen. Ja, wahrscheinlich. Wie's aussieht. Ein leichtes Medikit gefunden. Oh, sehr gut. Man kann die auch finden, wusste ich gar nicht. Ich glaub, ich muss mal... Ich hab nur noch Zeug. Alles andere habe ich. Das kann ich nicht... Doch, das geht auch noch. Hier ist ja so viel. Ja, genau. Das macht mir Angst viel. Das nehme ich gerne mit. Ach so, hier oben lang. Das kann ich nicht mehr mitnehmen. Ah, ich hab das Tor aufgemacht. Warum auch immer, weil man kann ja auch oben lang gehen. Okay. Soll ich durchs Tor gehen und du gehst oben lang? Ja. Oh, da hör ich schon wieder die... Das ist ja langsam mitmacht. Toll. Schlecht ist sie nicht, aber... Es braucht Ewigkeiten, bis das Schild unten ist. Ja. Das ist bei uns nicht so. Ja, das stimmt. Doch mal stehen, damit man nicht erschießen kann. Ja, echt. Hab ich das wieder ausgerüstet jetzt? Ja. Da ist schon ja der Nächste. Ich glaub, ich wusste das jetzt. Oh, da kommt einer angerannt. Ein Knallharter. Oh nein, du Mistkerl. Du Psycho, du. Oh nein, der ist aber auch nicht zurückzukriegen. Oh nein, das hat doch nichts. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Oh, der wird doch fast down gewesen. Ja. Oh nein, du bist wieder am Start. Ja, ich komme. Ähm, ich sollte vielleicht auch laufen. So, wenn die Idee. Wenn die, ne? Oh, bin da. Okay. Das ist wieder ein knallharter Schläger. Na, oh, yes. Der trifft man ja hier gar nicht. Wow. Scheiße. Nein, jetzt bist du down. Ich bin gerade mittendrin. Ja. In ne Menge. Hier ist auch niemand. Endnis irgendwas. Nein, ich auch scheiße. Ja, ich auch. Oh Gott. Und hier ist eine Kiste. Was für eine Ironie. Sollten wir noch nicht hier sein? Der haut mich. Der haut mich. Der haut mich zu hauen. Man schlägt doch keine Damen. Ja, aber echt, ey. Oh, verdammt. Ach, das ist immer so mies. Wer würde gern länger um mein Leben kämpfen? Ja. Mann, jetzt aber. Warte, ich komme mit. Ich könnte helfen. Achso, du bist da hinten noch. Ja, jetzt ist es gut, dass die ganze Muni hier rumfliegt. Ja, ich habe ein bisschen Angst, wenn wir gleich auf Sledge treffen. Ja. Wenn die jetzt schon so drauf sind, ey. Ich auch. Jetzt versuche ich aber mal ein bisschen wieder mit dem Sniper fortgegehen. Ja, ich auch. Da hinten ist nämlich schon wieder einer. Wieso hänge ich jetzt? Ich hänge jetzt zwischen den Pfeilern fest. Nachbar seid ihr? Ach, den habe ich erwischt. Der ist schon tot. Ja. Nachladen. Erwischt. Da ist... Hä? Hat der sich jetzt wieder regeneriert, oder was? Sieht fast so aus. Brennen. Ah, fuck. Kämpfe. Kämpfe um dein Leben. Kämpfe. Nein, ich auch. Verdammt. Aber ich kriege ihn. Ich kriege ihn. Nein, du hast ihn. Sehr gut. Ich habe ihn. Heil mich schnell. Ja, mache ich. Okay. Mach ich. Dann drück doch. So. Okay. Danke. Guck mal, wie selbstlos. Ja, danke dir. Ich habe die Waffe nehmen können. Und ich habe die Waffe nicht genommen. Darfst du aber ruhig nehmen. Ja, die war sowieso scheiße. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Deswegen liegt die Muni hier nämlich auch rum. Ja. Ich habe es befürchtet. Ich traue mich nicht weiterzugeben. Aber wir müssen. Das ist alles voll. Okay. Oh, oh. Da kommt wieder eine. Träger doch. Die geht einfach schon. War noch gar nicht vorbereitet. Oh, da sind grüne Kisten. Waffel dich hin. Was war das denn? Der heilt sich. Echt? Der hat so einen Effekt, dass der sich heilen kann. Nein. Hör auf mich. Das war. Nein. Scheiße. Verdammter Mist. Ich habe das Scorpio gegen die Wand gestellt. Was war das eben für ein Effekt? Verdammt nochmal. Ja, komm. Achso. Danke. Bitte. Trotzdem will ich... Geh, dann wird es besser. Genau. Du bist schwer verwundet. Aber geh, dann wird es besser. Einen Schmerz rauslaufen. Mann, das kann man nicht angehen, dass die uns hier so den Arsch aufreißen. Verdammt. Die sind halt auch stellenweise Level 18. Das ist doch kein Grund. Dafür sollten wir uns dann nochmal rechtzeitig mit Medikits eindecken. Ja. Ach, guck mal an. Was ist mit der Musik jetzt so dramatisch? Weiß ich es nicht. Ach, scheiße. Was hast du denn gemacht? Nein. Ich lebe. Ich komme. Achso. Fuck, warum sind hier so viele? Ich muss hier weg. Wo bist du eigentlich? Ach, da hinten. Muss ein Nest sein. Ja. Beschütz mich. Ich bin nicht hier unten. Ich muss gerade selber irgendwie... Ich bin zu dir gerannt. Deshalb sage ich... Achso, dann ist gut. Dann ist gut. Okay. Nein. Mensch, das kann doch nicht angehen, dass sie so einen Schaden publizieren. Wow. Jawohl. Auf die Beine, Soldat. Okay, ich kann nicht spielen. Also ich bin da gerade hier nach rechts oben gegangen. Da war viel los. Okay, ich wollte gerade da reingehen aus dem Gröni Kisten. Ja, ich gehe nochmal da rein. Vielleicht eben ein bisschen aufladen. Rusty Sniper natürlich. Okay, das taugt alles nicht. Aber warum kriegt man dann so... Wenn die hier so einen hohen Level haben? Ja, das sind gute Fragen. Ich habe eben irgendwas bekommen. Eridianisches Artefakt unzulässig? Was? Was? Eridianisches Artefakt unzulässig, habe ich hier gerade stehen. Wie? Weiß ich nicht, die steht hier. Auf der Anzeige. Was für eine Anzeige? Die ich habe. Wo ist denn das eridianische Artefakt? Habe ich das aufgenommen? Das ist bei mir noch nicht abgehakt. Das brauchen wir nämlich auch. Das ist einfach nur unzulässig. Steht hier. Mitten auf dem Bildschirm oder wo steht das? Nee, rechts. Da, wo normalerweise auch dann die Quests stehen. Okay. Hä? Also, keine Ahnung. Egal. Das müssen wir bei dir ja mal genauer angucken. Machen wir einfach weiter. Ja. So, gehen wir mal da links hoch, weil da ist einiges los. Ja, die kommen da jetzt auch runter schon. Du hast dich wohl nicht verabschiedet, als du da weggelaufen bist. Nee. Musik ist so hektisch. Ah, jetzt geht's wieder. Wird's wieder. Geht's aus. Und ne Kiste macht sie direkt wieder auf. Es ist nur Munition. Keine Angst. Hier geht's auch noch hoch. Da leuchtet's grün. Aber ich glaube, da ist dann, ähm, Slash. Das sieht irgendwie so nach fieser Unterkunft aus. Leichen pflastert in seinen Weg. Rennt er hier daran vorbei? Ich glaub's doch nicht. Woran renne ich vorbei? Na, an den Spinden hier. Wie heißt die Mehrzahl von Spind? Spind. Und Müllcontainer. Und jetzt sammelt er schon wieder was. Ach, ein Schild. Ja. Okay. Du rennst mir weg? Ja. Okay, ein Shotgun. Und die andere ist aber nicht besonder. Ja, wir müssen da oben hin. Da stehen sie auch schon. Wo denn? Hä? Da sind wir doch eben schon gewesen. Da waren wir doch nicht. Ich dachte, der kommt jetzt zu uns. Kriegen wir Besuch, ne? Ja, aber der kann ja herkommen. Wenn er was will. Ich glaub, wir müssen wieder runter, ne? Ja, der regt sich so fürchterlich auf. Oh! Oh! Die schießen auf uns! Hast du was zum Heilen? Also für dich? Ja, ja. Weil das wäre, glaub ich, keine so schlechte Idee. Oh ja, hab ich, hab ich. Ich nehm erst mal kleinere Medikit. Okay, von hier. Oh! Psychopath! Mutierter Mini! Aber da waren wir doch schon. Okay. Ich weiß doch gar nicht. Wo bist du denn? Bist du weitergelaufen? Wah! Ich nicht. Da bist du. Alles klar. Das ist sowieso verbunden. Na komm schon. Ich kann ihn gar nicht richtig anvisieren, weil der... Ich neige mal zu, auf einen Schritt zu zielen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht persönlich ist. Ich möchte mal was rausprobieren. Äh, ruthless. Näh. Guck mal. Oh! Das ist nur leider niemand mehr. Oh! Können wir die mitnehmen? Ja, das wär super. Dann schleppen wir die. Oh, ein kleines Medikit ist hier. Okay, das hilft. Okay. Und Medi am Pullen. Ich glaub, da kannst du dich mal gut bedienen. Ja, ich fäll mich mal eben hoch, glaub ich. Ja. Wie viel bringt das? Nämlich das Kleine noch. So. Dann sieht's schon besser aus. Okay. Hallo, brennender Psychopath. Tschüss. Hast du Schaden gerade eben gekriegt? Ja, aber... Davon? Okay, wir müssen mal einfach arg aufpassen. Da hinten. Ja, nun. Komm. Okay, vor. Okay, da kann ich ja noch so lange schießen. Hier liegt ein Bein. Geil. Hier hat man was verloren. Es gibt so viele Kisten. Holla, die weiche. Sacha, das macht mir echt Sorge. Ja. Wir arbeiten uns hier vor und es gibt so viel. Wie wird Sledge dann erst sein? Oh Gott. Ist das ein Sniper? Ich kann gar nicht sehen. Oh, das ist ein Sniper. Oder das will ich nicht. Okay. Mal vorher noch einen Shop kriegen. Ich kann die Werte nicht sehen. Oh, 77. Die habe ich gerade weggeworfen. Das war unsere Questbelohnung. Hast du die nicht bekommen? Nein. Nein, die habe ich nicht gekriegt. Wirklich nicht. Das ist ja blöd. Ja, das kriegt anscheinend nur der... Der sie abgibt, oder was? Der sie abgibt, wahrscheinlich, ja. Der Tart ist voll. Dann schmeiße ich mal den ollen Mist hier weg. Nein, ist ja gut jetzt. Die schmeiße ich weg. Weggeworfen. Die möchte ich jetzt ganz gerne mal eben als Sniper ausrüsten. So. Okay. Oh, okay. Jetzt habe ich die blöde Waffe genommen. Die blöde Waffe, egal. Vielleicht kommen wir ja noch mal vorher zum Shop, dass wir was verkaufen können oder sowas. Ich glaube, dann müssen wir wieder zum Anfang zurück. Nein. Ich fürchte fast nicht bis zu. So. Wo kann man denn hier? Warum leuchtet das so? Es leuchtet. Ja. Es leuchtet wie so. Und hier, ob es in die Luft sprengt? Nee. Warum leuchtet das denn? Man kann da nichts mit machen. Das verwirrt mich jetzt als... Ja, das soll's auch. Da kommen welche angelaufen. So ist ein Killerbandit. Der ist down. Kann man mit den Dingern fahren hier? Leider nicht. Rollercoaster. Transfusion. Okay, hab ich schon. Wo genau müssen wir eigentlich hin? Wir sind völlig in die falsche Richtung. Ich glaube, immer den Psychopathen nach. Wir müssen wie weit in die andere Richtung. Ich höre da hinten nämlich schon wieder einen. Das ist so verwirrend hier. Ja. Jeden am neuesten Winter. Wow. Uh. Uh. Uh, was haben wir denn da Schlimmes? Spike Sweeper. Ähm. Du wirfst Waffen aus dem Boden. Ja. Ich versuche, die jetzt damit zu kriegen. Wenn die Muni alle ist, so werfe ich die einfach mit denen. Gute Idee. So. Schieß. Oh, das muss ja nachkommen. Ja, das ist immer doof, ne? Man meint, die immer gleich erwischen zu können und dann... Jetzt ist der da unten drüben. Oh. Ist er tot? Nee. Ich stelle es einfach fest. Der hat eine Shotgun oder sowas. Das hast du gerade alles hier runtergeschmissen, was hier liegt. Nein. Ich habe keine Ahnung. Wer lässt hier sowas liegen? Okay, wir stellen uns mal in die Ecke, weil die Folge ist vorbei und ich muss für kleine Königstiger. Oh. Ja, das ist eine gute Idee. Dann machen wir das doch. Ich gehe mir die Nase pudern. Ja, genau. Wir danken euch für's Zusehen und sagen, bis zum nächsten Mal bei Borderlands. Macht's gut. Tschüsschen. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.